Einmal schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meiner heutigen NXT Review. Ich weiß, ein paar Tage zu spät, aber ich weiß nicht, wann ich noch Videos hochladen soll, da ich jeden Tag Videos hochlade. Keine Ahnung, deswegen musste das hier einfach mal ein bisschen weichen, die NXT Review. Trotzdem hatten wir mal wieder eine großartige Episode vor uns. Wir begannen erstmal mit William Regal. Der hat nämlich jetzt bekannt gegeben, was eigentlich letzte Woche schon hätte bekannt gegeben werden sollen. Und zwar, dass die NXT Tag Team Titel denn jetzt wirklich vakant sind. Letzte Woche gab es ja dann auf einmal, nachdem die Viking Raiders ihre Titel abgegeben haben, dann doch nochmal ein Titelmatch von denen. Das Match endete aber im Nichts und so hatten wir dann halt jetzt die Tatsache, dass keiner wusste, was mit den Tag Team Titeln ist. Hier aber jetzt offiziell das Ding, die Tag Team Titel sind vakant. Warum auch immer übrigens da hinten der NXT Titel liegt, den hat ja eigentlich Johnny Gagano, aber gut. Auf jeden Fall hat er bekannt gegeben, dass bei NXT TakeOver am ersten wird es das Match zwischen den Street Profits und den, wie heißen sie hier, Forgotten Sons, wegen Vergessenmesser, Forgotten Sons gegen die Unisputed Era, gegen Oni Logan und Danny Burch. Das heißt, es gibt ein Fatal 4-Way Tag Team Match, um die neuen Tag Team Champions zu finden. Und das Ganze ist auch ein Ladder Match. Geile Ansetzung, kann ich schon mal nicht meckern. Wird auf jeden Fall sehr, sehr nice und da kann man sich auf jeden Fall schon mal auf harte Action freuen. Dann hatten wir eine Promo von der Unisputed Era, die sich ja jetzt wieder zusammengefunden hat. Also auch Roderick Strong, der kleine Abtrünnige quasi, ist jetzt wieder mit am Start. Alle ziehen an einem Strang und ja, natürlich könnte das hier nicht lange so auf sich warten lassen. Und Matt Riddle attackiert die komplette Unisputed Era. Der hat auf jeden Fall Eier aus Stahl. Und so wurde dann auch das Match für NXT TakeOver festgelegt zwischen Roderick Strong und Matt Riddle. Also hier auch wieder ein sehr, sehr geiles Match in dieser Ansetzung. Und ja, ein bisschen gekabbel und so erstmal soweit ganz schön. Dann auch, halla, 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 Main Event für die Ausgabe wurde festgelegt. Johnny Gargano und Matt Riddle gegen Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Kommen wir später zu. Aber hier auch wieder ein bisschen schade. Na, einfach bescheuertes Tag Team Match booken, das kennen wir doch aus den Main Shows. Was ist da eigentlich los? Dann hatten wir ein Match zwischen Sean Maluda und Man Soar. Man Soar ist der Typ mit dem Majin Logo auf der Hose und auf den Boots. Und das Match war eigentlich recht cool. Hier gab es bloß ein kleines Problem. Und zwar hatte Man Soar ja in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche ein Match gegen Dominik Dijakovic. Ich glaube, das war das. Und den Man Soar hat so ein, wie ihr hier seht, das ist so ein reingedrehter Neckbreaker. Eigentlich ganz cool. Und das ist auch sein Finishing-Move. Was ja an sich cool ist. Das Problem daran ist nur, dass Dominik Dijakovic in der letzten Woche aus diesem Move ausgekickt ist. Und das, Freunde, ist im Wrestling immer eine schwierige Sache. Denn Moves aus Finishern auskicken ist eigentlich so eine WrestleMania-Sache. Und nicht einfach mal was von NXT-Episoden. Und das war halt ein bisschen schade, dass halt jetzt rauskam, okay, dieser Move ist sein Finisher. Was ja okay ist. Nur, der wurde halt letzte Woche schon begraben. Was halt einfach traurig ist. Kann auch vor zwei Wochen gewesen sein. Auf jeden Fall ist das schade gewesen. Trotzdem, Man Soar gewinnt hier. Ich finde ihn ganz cool. Gerade auch Dragon Ball Fan. Da kennt man sich eigentlich nicht. Finde ich auf jeden Fall ganz anständig. Dann, Freunde, ist mal wieder was Großartiges passiert. Erstmal kam Velveteen Dream heraus und hat eine kleine Promo gehalten. Hat er jetzt eigentlich so alle besiegt, die jetzt so in seinem Weg standen. Mehr oder weniger, muss man ja sagen. Und er wurde unterbrochen. Von Tyler Breeze. Oh mein Gott. Wie fucking geil ist das denn? Tyler Breeze ist endlich. Unsere Gebete wurden erhört. Er ist endlich wieder im NXT-Roster. Da, wo er hingehört. Er ist der Beste überhaupt. Und deswegen wird dieses Match hier, Freunde, ein 5-Sterne-Ding, Freunde. Da könnt ihr euch drauf absichern. 5-Sterne-Match incoming. Bei TakeOver. Velveteen Dream. Gegen Tyler Breeze. Das wird so fucking geil. Zumal es einfach von den beiden Charakteren schon so geil ist. Weil halt beide so ein bisschen auf sich selbst bezogen sind. Und so die Hübschen, die Schönen und sowas. Prince Pretty meinte auch, ja hier, wir können ja mal ein Selfie machen. Und dann hast du den Pick mit einem anständigen Typen und so weiter. Diese ganzen Charakterzüge sind dann natürlich, ich will nicht sagen, sehr ähnlich. Ähm, aber es hat schon seine Gemeinsamkeiten. Und dass die beide jetzt sich treffen um den North American Titel, ist einfach Gold, Freunde. Das ist komplettes Gold. Ähm, bei dem Selfie, was dann gemacht wurde, hat Tyler Breeze dann aber Velveteen Dream attackiert. Und somit war dann das Ganze dann auch klar. Das ist einfach nur geil. Ich freue mich richtig, dass der wieder da ist. Ähm, denn Tyler Breeze wurde in der Main Show extrem scheiße eingesetzt. Und ist bei NXT einfach, hat dafür gesorgt, dass bei NXT, ähm, bei den ersten Takeover-Dingern einfach so viele richtig, richtig hammergeile Matches waren. Deswegen freut mich das einfach wie sau. Danach gab es Candice LeRae gegen Rina Gonzalez. Und, ähm, hier war halt einfach der Größenunterschied zu einer Sache. Weil die Gonzalez ist einfach mal 18 Köpfe größer als, ähm, als Candice LeRae. Trotzdem konnte die sich eigentlich recht gut wehren. Und, ähm, ja, war jetzt kein Fünf-Sterne-Match. Aber war okay so vom Aufbau her, weil Candice LeRae dann auch gewonnen hat. War hier eine kleine Überraschung mit drin. Und, äh, danach wurde allerdings Candice LeRae attackiert von, ähm, warum wir der Gruppierung nicht langsam mal einen Namen geben, von den Horsewomen. Also, naja, also, ähm, Marina Shafir und, äh, Jasmine Duke und Shayna Baszler. Die haben dann nämlich Candice LeRae angegriffen. Das kennt man, die schlagen so seit alle Frauen zusammen, die halt dann irgendwie da existieren. Und Io Shirai hat den Save gemacht mit einem Kendo-Stick. Pelzt hier auf alle ein. Kann hier also Candice LeRae retten. Und, ja, viel mehr ist auch nicht passiert. Bei TakeOver wird es ja Candice LeRae, ähm, Shayna Baszler gegen, ähm, Io Shirai geben. Von daher ist das schon okay. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht gibt es bei TakeOver in der, also bei der NXT-Episode, die bei TakeOver aufgezeichnet wird, noch das Tag-Team-Match von Jasmine Duke und Marina Shafir gegen Candice LeRae und Casey Catanzaro. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mal schauen. Und dann gab es das Main-Event-Match Bobby Fish und Kyle O'Reilly gegen Johnny Gargano und Matt Riddle. Und der Unterschied, den man hier macht, zu den Tag-Team-Matches, die in den Main-Shows passieren, ist halt einfach, dass dieses Match hier mal wieder absolut großartig war. So ein Match würde es in der Main-Show niemals geben. Das Ding war wieder absolut großartig, obwohl nun mal, äh, Matt Riddle und Johnny Gargano kein Tag-Team sind, haben die sehr gut zusammengearbeitet, ähm. Es gab sehr geile Near-Force, es gab sehr schöne Tag-Team-Moves. Es war, es war wieder ein richtig, richtig geiles Match, so wie wir das natürlich von NXT kennen. Die Main-Show-Zuschauer wissen, würden gar nicht verstehen, was da einfach für kranker Scheiß vor ihren Augen passiert. Ähm, deswegen, ja, das ist halt immer wieder, eigentlich ist es ein bisschen traurig zu sehen, aber, ähm, irgendwie auch ein bisschen schön für alle uns, uns, NXT-Zuschauer, ist halt geil, dass sie halt einfach mal auch in einer Scheiß-Weekly eigentlich, ähm, hammergeile Matches bringen. So war das halt hier auch. Zumal dann natürlich über diesen Match ein bisschen der Fakt war, dass ja Adam Cole und Roderick Strong natürlich eingreifen werden. Auf der einen Seite kam Adam Cole, Johnny Gargano macht einen schönen Suicide-Dive auf Adam Cole, pelzt den draußen zusammen, der Ref guckt sich das an und im Hintergrund wird, äh, Matt Riddle von Roderick Strong attackiert. Das ist dann auch eine ziemlich große Entscheidung, sodass dann Matt Riddle im Ring stand. Ähm, es gab den Up and Down, heißt das, äh, glaube ich irgendwie so, äh, von der Undisputed-Ära oder von Red Dragon, sagen wir mal lieber so. Und, ähm, dann endete dieses Match hier mit einem Sieg von Bobby Fish und Kyle Riley, was halt auch geil ist, die ganze Undisputed-Ära pelzt dann noch Johnny Gargano zusammen, pelzt noch weiter Matt Riddle zusammen und stehen zum Schluss triumphierend über den beiden. Und das ist natürlich auch ein krasses Statement dafür, dass sie halt in den letzten Wochen eigentlich nicht so an einem Strang gezogen haben. Ähm, ist das halt jetzt umso krasser zu sehen, dass sie wieder zusammen sind, dass sie wieder durchhalten und, ja, hier einfach zusammen kämpfen und, äh, mal gucken. Es gab sogar einige Thank-You-Adam-Chance, als Adam Cole hier, ähm, den Last-Shot gegen Johnny Gargano angesetzt hat. Fand ich ein bisschen eigenartig, aber okay. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall wieder mal ein geiles Takeover, Freunde. Da können wir uns, äh, drauf freuen. Und dann, äh, war's das auf jeden Fall erstmal mit der NXT-Review. Und, ähm, denk mir auf jeden Fall an die Smilodog-Aktion. Warte mal, jetzt muss ich hier Produktplatzierung einbrennen hier, damit ihr das wisst, die Werbung-Scheiße und so. Ähm, denn, äh, heute, ab heute läuft die, äh, Smilodogs-Aktion. Der große Summer Sale ist da, Freunde. Gutscheincode Martin40 ist das Ding zum Sieg. Und, ähm, das auch auf bereits reduzierte Ware, dass ihr sogar bis zu 80% Rabatt bekommt. Checkt das auf jeden Fall aus. Link in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein bis zum nächsten Mal. Und Tschüssi!